und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klemmersteinbaus ich habe heute für euch die lego city 60193 einen quadrocopter mit einem säbelzahntiger aus der arctis city reihe oder wie eine ganz bestimmte person sagen würde es könnte sich auch um einen fliegenden hamster handeln grüße gehen an der stelle raus an caesar dieses set ist aus 2018 dementsprechend eol und nicht mehr am markt man bekommt es aber im gebrauchten zustand für um die 30 euro das ganze ist ungefähr der neupreis den es damals gekostet hat ihr kennt ja die problematik mit lego sets die eol gegangen sind wenn wir uns die verpackung anschauen finde ich die mal wieder einfach aber sehr schön gestaltet einfach eine lebhafte welt für ein spielset passt das sehr gut auf der oberseite sehen wir die zwei figuren die dabei sein müssten und meiner meinung nach ein highlight dieses sets den säbelzahntiger und auf der rückseite sehen wir noch ein paar spielfunktionen des sets obwohl ein paar jedoch sehr schmeichelhaft gesagt ist das ist nämlich leider sehr wenig an spielfunktionen für ein spielset was hier dabei ist aber das zeige ich euch natürlich gleich am gebauten set davor schauen wir uns aber noch die anleitungen an deren aufteilung ist irgendwie merkwürdig finde man hätte das einfach in eine anleitung packen sollen denn wir haben eine kleine winzige anleitung für das quad was dabei ist und die eisbox von dem säbelzahntiger da ist der bauspaß aber sehr sehr schnell vorbei und dann haben wir noch eine größere anleitung dieses auch qualitativ wieder schöner mit einem hochglanzpapier als die kleinen anleitungen sie ist klammer gebunden und in dieser bauen wir den gesamten quadrocopter wie gesagt die entscheidung das in zwei anleitungen zu packen verstehe ich nicht ganz denn man kann es ja jetzt auch nicht zu zweit bauen bzw man könnte es schon aber die aufteilung ist nicht allzu fair wenn der eine nach fünf minuten fertig ist und der andere noch 40 minuten bauzeit vor sich hat nun denn aber irgendwas wird sich lego hoffentlich dabei gedacht haben sonst ist es eine typische lego anleitung das schockt keinen mehr aber ich habe noch die teile liste für euch ihr könnt euch das video wie immer gerne anhalten wenn euch hier eine stelle besonders interessieren sollte und ich muss sagen ich war an sich ein großer fan der alten lego arctis set und auch von dieser neueren auflage hier hatte ich einige sets die mir gut gefallen haben und auch dieser quadrocopter und seine spielidee hatte meines erachtens großes großes potenzial das hat lego aber meiner meinung nach leider überhaupt nicht genutzt am anfang in der anleitung bauen wir das kleine quad vom bergsteiger der bergsteiger fehlt übrigens leider in diesem set obwohl es mir als vollständig verkauft wurde man kann den aber für ungefähr einen euro auf man kann den auch für ungefähr einen euro auf bricklink nachbestellen das ist also kein tragischer verlust auch dieses quad wenn es nicht im set gewesen wäre also lego es einfach weggespart hätte wie so vieles in diesem set wäre kein verlust gewesen denn ich hätte es in dem set absolut nicht vermisst es ist wirklich klein und so rudimentär man auch ein quad nur darstellen kann und das highlight des quad ist wohl dass wir zwei eispickel und eine säge haben ich meine ich beschwere mich nicht wenn es dabei ist aber benötigt hätte ich es auch nicht unbedingt als nächstes bauen wir dann den eingefrorenen säbelzahntiger und die idee finde ich sehr cool dass man dort eben etwas entdeckt man entdeckt so ein eingefrorenes tier im eis und möchte das bergen schöne spielidee dann kann man auch spielen dass man ihn aus dem eis befreit und vielleicht in irgendein museum stellt oder noch weiter untersucht aber die umsetzung ist meiner meinung nach leider hier grottig es ist natürlich cool dass wir diese steine hier in dem trans blue haben das hat man nicht allzu oft das ist der positive punkt und wir haben hier oben einen greifhaken mit dem wir dann das eis transportieren können auch das an sich schön gemacht aber der tiger soll darin eingefroren sein und ja lego city und logik ist manchmal so eine sache aber wie soll das einfrieren funktionieren wenn hier hinten der schwanz sogar noch raus passt weil der säbelzahntiger einfach länger ist als die box in der eingefroren werden soll das ist meiner meinung nach einfach schäbig und hier hat man die teile uns einfach nicht gegönnt um das ordentlich umzusetzen dasselbe gilt meiner meinung nach für diese luftlücke hier wieso ist hier zweimal einfach kein stein warum ist hier eine das macht für mich keinen sinn und deshalb ist die umsetzung dieser box leider eher schlecht als recht und das finde ich umso trauriger weil ich diesen säbelzahntiger richtig richtig cool finde der sieht richtig böse aus gefällt mir sehr gut wir können bei dem auch die hinterbeine verstellen so dass er sich auf die hinterbeine stellen kann und wir können den kopf nach oben und unten bewegen leider können wir nicht das maul öffnen das wäre für mich noch premium gewesen aber das ist für mich wirklich ein highlight dieses set und wenn man den ordentlich ins eis eingebaut hätte dann hätte das einen richtigen spielwert gehabt so ist es aber leider der einfachste und leider auch schäbigste weg gewesen und dann haben wir noch den quadrocopter positiv punkt ist er sieht sehr sehr gut aus und positiv punkt er hat spaß gemacht zu bauen man konnte den kopf abschalten lego city typisch aber auch das hat seine daseinsberechtigung es gab überhaupt keine probleme im bau die steinequalität ist lego typisch gut auch für gebrauchte steine also das sind die positiven sachen die ich daran gefunden habe auch schön als spielfunktion ist natürlich die seilwinde und diese seilwinde wird hier oben über ein zahnrad betätigt und das ist an sich natürlich eine schöne sache weil wir dann spielen können dass wir den siebelzahntiger entdeckt haben und dann mit dem quadrocopter bergen und durch die gegend fliegen wie gesagt die grundlegende spielidee dieses sets gefällt mir aber warum ist es dann für mich eine enttäuschung wir haben darüber gesprochen dass das set gut aussieht meiner meinung nach bis auf diese peinlichkeit von eisblock aber es ist ein spielset und ein spielset muss nicht nur gut aussehen sondern muss auch spielfunktion haben soweit so gut wir haben den haken mit der seilwinde funktioniert alles gut wir haben die rotoren die drehen sich alle obwohl es natürlich im spiel schwierig werden könnte die alle gleichzeitig zu bewegen das wird die meisten nicht stören aber es gibt durchaus auch kinder die dann vielleicht dort ein wenig realismus haben wollen und sich daran stören würden und das ist alles schon mal ein sehr sehr guter aufbau um ein gutes spielset zu sein aber was fehlt jetzt noch wir haben figuren dabei beziehungsweise ich in dem fall jetzt nur eine aber eigentlich haben wir zwei in diesem set ich zeige euch natürlich die die ich habe gleich noch in live und die andere noch mal auf der verpackung und die möchte man auch ins cockpit zum beispiel setzen jetzt wäre es cool wenn das cockpit aufklappen könnten das funktioniert nicht wir müssen das cockpit abnehmen und hier drin ist dann nichts das kein hebel das kein spielfeature das nichts wir haben nur diese komische werkzeugkiste anstatt einen sitz und vorn das muss man ihnen lassen ein bedrucktes element auf dem die bedienteile sind übrigens der einzige druck in diesem set der rest sind alles dicker das ist aber bei city sets in ordnung und jetzt haben wir so viel platz drin und so viel stauraum der nicht genutzt wird hinten haben wir dann nur noch die funktion nicht mal diese wurde irgendwie abgedeckt und das war es im cockpit und auch das finde ich leider sehr schäbig umgesetzt und wir hätten im heck dieses quadro copters auch super viel platz gehabt um noch eine kleine zentrale oder irgendetwas reinzubauen und ihr ahnt es schon es gibt nichts es gibt keine klappe um es zu öffnen es gibt keinen bebauten innenraum sondern das ist einfach leer das ist umbaute luft und dementsprechend wiegt das ding auch nichts und das ist eine riesige vertane chance denn mit ein paar mehr teilen hätte man hier viel mehr rausholen können und bei einem spielset reicht es mir persönlich dann nicht wenn es nur gut aussieht denn das freut mich das freut vielleicht auch jemand der sich das ins regal stellt aber ein kind freut das am ende nicht und lego hätte sich hier keinen zacken aus der krone gebrochen wenn dort noch etwas mehr an innenraum dabei gewesen wäre schauen wir uns aber zuletzt noch die figur an wir haben hier eine arktis forscherin ein highlight wenn man es so nennen möchte die beine sind bedruckt wie übrigens bei beiden figuren wir haben zwar bei beiden figuren denselben bein print aber das ist bei city nicht selbstverständlich schade finde ich es dass wir hier keine haare dabei haben wir haben auch kein wechselgesicht wir müssen also immer den helm tragen das macht aber in der antarktis sicherlich auch viel sinn der rücken ist auch schön bedruckt die beine von hinten logischerweise nicht auf dem helm haben wir auch keine weitere bedruckung aber es ist eine ordentliche city figur und das wäre dann noch der kletterkollege in blau gewesen der auch eigentlich das quad bemannt hätte wie gesagt selbst wenn euch diese figur fehlen sollte ein euro auf bricklink klar man hat noch die versandkosten aber man kann es ja noch mit anderen steinen kombinieren und dann hat man diese auch also wie ich es glaube ich schon so oft jetzt in diesem video gesagt habe ich finde es sehr schade denn dieses set hatte viel platz viel potenzial und vor allem hat es leider viel ungenutztes potenzial wenn man da noch etwas mehr an spielfunktion reingebracht hätte dann wäre das für mich ein highlight set gewesen aus der 2018 welle von lego city arctis aber so ist es für mich leider ein flop denn auch wenn es an sich jetzt kein super schlechtes set ist und man damit auch spielspaß haben kann so sehe ich immer wieder was man aus diesem set mit wenigen teilen hätte machen können und wie gesagt solche peinlichkeiten wie den eisklotz das lässt sich einfach nicht erklären außer mit wir haben es laut lego nicht verdient dass hier noch vier fünf teile mehr reingepackt werden oder größere teile benutzt werden um am ende ein ordentliches set zu haben das ist für mich die message die hinter so einer peinlichkeit steht und das ist für mich die message die leider auch hinter dem quadrocopter steht weil dort das potenzial überhaupt nicht genutzt wurde ich finde es immer schade ein set so schlecht reden zu müssen aber ich möchte ehrlich sein das war ich damit und ihr könnt euch ja auch eure eigene meinung bilden wenn euch natürlich das zeit auch optisch gefällt und ihr würdet euch das ins regal stellen wieso auch immer dann ist das was für euch denn dann stört es euch nicht dass dort drin so viel luft ist und wenn ihr einfach einen entspannten bau haben wollt und vielleicht den siebelzahnteger cool findet dann ist das auch die 30 euro sicherlich wert aber wenn man wirklich ein set mit viel spielfunktion haben möchte dann sollte man zu einem anderen arctus set greifen und deshalb bekommt es von mir auch keine generelle kaufempfehlung sondern wirklich nur so eine sehr eingeschränkte wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt mir gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben und ein abo darum in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick